Meine Frau hasste unseren neugeborenen Sohn, seit sie ihn zum ersten Mal gesehen hat. Kannst du bitte unseren Jungen stillen? Der Arzt sagte, er brauche es jetzt am meisten. Ich will nicht. Ich muss mich erst entspannen. Außerdem sagen meine Freundinnen, dass die Brüste nach dem Stillen hängen. Und ich kann das nicht zulassen. Aber Kira, er ist hungrig. Tut er dir nicht leid? Es ist mir egal. Du hast dein Baby gewollt, nicht ich. Also nimm die Flasche und fütter ihn selbst. Aber nicht hier. Mach es in dem Flur. Ich habe schon rasende Kopfschmerzen von all seinem Geschrei. Hi, Schatz. Ich habe dich so sehr vermisst. Ich werde bald aus dem Krankenhaus raus sein. Und wir werden wieder zusammen sein. Du musst dir keine Sorgen um deinen Sohn machen. Ich habe mein Handy in Kiras Zimmer vergessen. Als ich zurückkam, um es zu holen, hörte ich versehentlich ihr Gespräch. Du kennst doch meinen Mann. Er ist dumm und leichtgläubig. Aber glücklicherweise reich und fürsorglich. Er wird dein Nachkommen ordentlich erziehen. Und wir können unser sorgloses Leben weiterleben. Ich war wütend auf den Verrat meiner Frau. Aber irgendwie fand ich die Kraft zu schweigen. Kiras Liebhaber kannte mich. Und ich musste herausfinden, wer er war. Am nächsten Tag kehrten wir nach Hause zurück. Und Kira war ihrem Sohn gegenüber immer noch gleichgültig. Ich habe mich um den Jungen gekümmert. Obwohl ich wusste, dass er nicht mir gehört. Oh, dieses Krankenhaus hat mich so müde gemacht. Ich muss mich dringend mit meinen Freundinnen entspannen. Also, warte nicht auf mich. Ich komme zu spät. Tschüss. Ich wusste, dass meine lügende Frau ihre Freunde nicht treffen würde. Also folgte ich ihr sofort. Ich war schockiert. Kira kam bei dem Haus vorbei, in dem ich aufgewachsen bin. Und wo mein Bruder damals wohnte. Wie sich herausstellt, Junge, obwohl du nicht mein Sohn bist, teilen wir immer noch dasselbe Blut. In dieser Nacht kam Kira mit den Neuigkeiten nach Hause. Ich traf zufällig deinen Bruder in der Stadt. Er will mit uns essen kommen. Sicher, er kann kommen. Ethan kam kurz danach. Möchtest du ihn halten? Nein, danke. Dann, während ich deinen Sohn halte, kannst du das meiner Frau und deiner Teilzeitliebhaberin schenken. Worüber redest du? Was ist das überhaupt? Das sind Scheidungsunterlagen. Übrigens, mein Anwalt hat gesagt, dass dieses Video, wo ihr zwei euch küsst, mir vor Gericht helfen wird. Von mir bekommst du keinen Cent. Und du kannst offiziell deine Affäre weiter fortführen. Und zwar mit meinem arbeitslosen Bruder. Wie mein Anwalt versprochen hat, habe ich den Fall gewonnen. Und meine Frau blieb mit leeren Händen stehen. Weder Kira noch mein Bruder wollten ihr Kind nehmen. Also haben sie nach dem Prozess das Sorgerecht aufgegeben. Ich adoptierte ihn ohne zu zögern und erzog ihn mit Liebe. Er hat keine Schuld und sollte nicht für die Taten seiner Eltern bezahlen. Uns wird es gut gehen. Versprochen. Denke daran, jedes Kind verdient Eltern. Aber nicht alle Eltern haben ein Kind verdient. Du wirst heute Nacht nicht schlafen. Auf die Bühne. Jede Nacht zwang die Mutter ihre Tochter, in Nachtclubs aufzutreten. Ich habe seit einer Woche nicht gut geschlafen. Ich lasse dich ein Nickerchen machen, wenn du den Produzenten im Club dazu bringst, dich zu mögen. Die Mutter schubste Katie auf die Bühne. Und mit ihrer letzten Kraft begann sie zu singen. Die Mutter kümmerte sich nicht um die Gesundheit des kleinen Mädchens. Alles, was sie wollte, war eine berühmte Sängerin aus ihr zu machen. Da sie selbst in ihrer Jugend keine geworden ist. Eines Nachts wurde Katie endlich vom Produzenten bemerkt. Sie sind gut, aber sieht schrecklich aus. Ich brauche kein mausiges Mädchen. Ich brauche eine heiße Frau. Wir erledigen das. Der Produzent würde Katie zu seiner TV-Show einladen, wenn sie es schaffte, ihr Aussehen drastisch zu verändern. Aber Mama, ich mag, wie ich aussehe. Halt den Mund! Niemand hat nach deiner Meinung gefragt. Danach begann sie Katie drastisch zu misshandeln. Zuerst brachte sie ihre Tochter in einen Schönheitssalon, wo das Mädchen sich Haare färben und Nägel machen ließ. Sie hat sich auch im Solarium gebräunt, aber das war immer noch nicht genug. Du siehst immer noch aus wie ein Kind. Schrecklich. Aber Mama, ich bin ein Kind. Auch darum kümmern wir uns. Am nächsten Tag brachte Katies Mutter sie zu einem Arzt. Gib meiner Tochter ein paar Hormone. Das wird sie wie eine Frau aussehen lassen. Der Arzt fing an zu protestieren, aber sie versuchte ihn zu bestechen. Ich hole mehr ab, wenn das nicht genug ist. Sind Sie verrückt? Es ist gefährlich. Das Leben eines Kindes ist kostbarer als dieses Rezept. Sie hatte Angst, dass der Arzt das Sozialamt kontaktieren würde. Oh, tut mir leid. Ich verstehe nicht einmal, was ich sage. Allerdings würde sie nicht nachgeben. Sie bekam in betrügerischer Absicht ein Rezept auf ihren Namen. Nachdem sie die Hormonpillen in der Apotheke bekommen hat, gab sie diese ihrer Tochter. Mama, was ist das? Ist das gefährlich? Nur ein paar Vitamine, Schatz. Das Vorsprechen ist in einem Monat. Du musst also gut in Form sein. Bald erkannte die Mutter, dass die Pillen keine schnelle Wirkung haben würden. Also hat sie die Dosis verdreifacht. Sie zwang ihre Tochter auf eine strenge Diät. Und an dem Tag des Vorsprechens sah die kleine Katie nicht mehr wie sie selbst aus. Wunderbar, du wirst ein Star. Mama, mir geht es nicht gut. Hör auf, Dinge zu erfinden. Du bist nur paranoid. Plötzlich verlor Katie das Bewusstsein. Nachdem Katie ins Krankenhaus eingeliefert wurde, rief der Arzt ihre Mutter an und führte mit ihr ein erstes Gespräch. Sie haben fast ihre eigene Tochter getötet. Aber zum Glück kann sie noch gerettet werden. Trotzdem fühlte die Mutter keine Reue. Wirklich? Wird sie sich morgen besser fühlen? Nein. Sie braucht eine ernsthafte Behandlung. Und zwar das ganze Jahr lang. Die Mutter hörte dem Arzt nicht zu, da sie verrückt zu werden schien. Bei Einbruch der Dunkelheit beschloss sie ihre Tochter aus dem Krankenhaus zu holen und sie zum Vorsprechen zu fahren. Ich kann nicht singen. Ich bin zu schwach. Das Krankenhaus bemerkte sofort, dass eine Patientin fehlte und rief die Polizei. Das Polizeifahrzeug jagte Katies Mutter und sie war gezwungen anzuhalten. Sie wollten sie verhaften, aber plötzlich sagte Katie, Lassen Sie sie gehen. Sie hat mir nicht wehgetan. Die Polizeibeamten waren sprachlos. Sie liebt mich. Irgendwo tief in ihrer Seele. Und ich liebe sie, weil sie meine Mutter ist. Die Mutter war beeindruckt von der Freundlichkeit ihrer Tochter. Und schließlich schmolz ihr Herz. Was sie dazu brachte, zu erkennen, was sie getan hatte. Liebling, bitte vergib mir. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus zurückgefahren. Und die Mutter musste lang und hart arbeiten, um dem Produzenten eine Entschädigung zu zahlen. Katie hat die Show verpasst. Aber das war der Mutter nicht mehr wichtig. Jetzt kümmerte sie sich nur noch um die Gesundheit ihrer Tochter. Versuche nicht, deine Träume auf Kosten der Kinder zu erfüllen. Denn eines Tages könntest du sie für immer verlieren.